Also gut, gehen wir jetzt zurück. Sollen wir Schluss machen, in die Stadt zurückkehren. Ja, mach keinen Sinn, wir hauen uns erst noch mal... Bitte nicht weiter, lass uns drüber nachdenken. Wir hauen uns erst noch mal durch Ding, wir lassen die ganzen, ähm... Sachen begutachten, verkaufen unseren ganzen Scheiß. Und... Ah, verflucht, die Honigbinde ist voll. Ist ja mal wieder typisch. Keine freien Plätze, aber ich bin gar nicht verhungern. Wenn so... Deine Gedanken? Ich sehe... Nach der Rückkehr aus dem Dungeon musst du dich gemeinsam mit einer Gruppe ausruhen, freu dich auf deine deftige Mahlzeit und lass es in der Nacht ruhig angehen. Gegen die Tabern haben wir uns zusammen, uns zu entspannen. Noch neun Tage bis zur währenden Tag der Katastrophe. Wir haben keine Zeit zu verlieren, bedenkt man, wie wenig wir vor dem Kerl wissen. Ganz genau, wir können ihn nicht machen lassen, was er will, wenn wir uns nicht darauf verlassen können, dass die Staatsarmee das regelt, und müssen wir ihn selbst aufhalten. Ja, dann. Sollten wir etwas essen oder schlafen gehen. Ja, ich würde sagen, wir haben unsere Rührpause heute verdient. Gut gemacht. Ich leg zusammen mit deinen Freund eine kurze Pause ein, sodass TP und MP wieder hergestellt wurden. Ich darf zum Beispiel zurück und schläft glich ein. Die Zeit schlägt auf und die Zeit eines neuen Königs näher schlägt. Ich muss auch zugeben, ich mag das ein bisschen so, dieses dieses Persona-Feeling oder den Persona-Style in der Richtung, dass du halt die Dungeons so in Etappen machen kannst und nicht irgendwie du gehst jetzt in den Dungeon und jetzt magst du den. Mein Controller macht wieder von selber Sachen. Ich mecke immer wieder drüber und mag es trotzdem immer wieder. So, auf welchem fucking Level sind wir jetzt eigentlich? Warum jetzt? Ein Gruppier? Zwölf, elf, elf. Ja, was ist mit dem? Nicht fängst du zu... Nein, 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 nicht aktivieren. Wenn ich die jetzt aktiviere, dann dauert es wieder ewig, alter. Du bist ein Lebenser. Warte mal, da oben waren die Verkäufe. Wir gehen jetzt erst mal Sachen verhökern. Was will ich tun? Okay. Hallo da. Haben wir was zum Gutachten? Gute rostige Stangenwaffe? Drei im Besitz? Habe ich nicht drei Stangenwaffen begutachten lassen? Warum wird ein Silbergroßschwert und eine Silberkeule draus? Ich dachte, Stangenwaffen sind eher so Speer oder eine Hellebarde. Wofür sind die Dinger wert? Wofür sind die Dinger wert? Zwölf? Geil! Wobei, verkaufen wir erst mal das Zeug. Alter, echt nur 2,7? Silberkeule. Eins verkaufen auf jeden Fall mal. Okay, kaufen. Goldener Degen? Au! Für den Sucher, ne? Fuck! Fuck! 50.000! Entschuldigung, das hat mich jetzt nur sehr schockiert, Alter. What the hell? Ich meine, gut, Stärke 3 und Magie 3. Trefferade 96, gut, die ist normal. Haben die eigentlich alle 96? Oh, ne, viel Unterschied ist es nicht. Verdoppelt halt den Angriff, aber what the fuck? Oh, was will ich tun? Das ist... Holy shit. Was jetzt? Ähm, warte mal. Äh? Ich mach dir ach, ich bin nämlich die Stimme der Helden in den vergangenen Zeiten. Bis... Bis jetzt bist du ein Namenloser? König muss einer sein, der Erkönung der Helden in alter Zeit verkörpert. Achso, das... Nimm mal, war das die Stimme des Archetyps? Stimmt, dass bei dieser Wahl niemand, der von der Königsbrüde ausgeschlossen wird. Nicht einmal du, aber... Bis uns jetzt darauf konzentriert ist, Unglück aufzuhalten. Ah, okay. Ich hab vergessen, wie ich auf die fucking Karte komm, Alter. Stimme der Reisenden in Aufträge... In Aufträgen? Und wir dann mal eine Mission beenden. Pasche. Nein. Ich hab' das nicht ausprobiert, weil das meistens für was anderes wieder gestanden ist. Lass uns das gleiche weg. Das erinnert mich. Erhöht den Schaden gegen Halbmensch-Monster. Ja, geil, Alter. 2,7 sind's wert. Oh, ich hab' kein gesegnetes Wasser mehr. Kaufen. Kann ich hier gesegnetes Wasser kaufen? Nee. Krankheiten, Schlaf, Raserei. Schlaf bei einem Verbündung. Boah, aber 180, ne? Pum, 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 pum. Also, viel Kohle hab' ich jetzt auf dem... Vergessen wir, ich muss das drauf... Ich muss da drauf ziehen. Die Frage ist jetzt, wird's Sinn machen? Was hat's all got to do with us, Senni? Just can't stand it. Oh, ich hab' den Archetypen bei ihm abzugraden. Geh' mal nach Akademie. Das ist ein neues Archetypen, okay. Hey. So sicher, die möcht' ihr mal kriegen, bla bla bla, das hat man ja schon, ne? Grant me an. Gat' ihm an? Ähm, adieu. Hallo. Fertigkeiten, Erben, Forschung, Untersuchung, 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 Dich ist nun in Isla zu entwickeln, so wie es aussieht, gibt es dort noch Fortschritte zu erzielen. Ach Gott, warte mal. Ich kann hartlich warten. Muss bis auf Stufe 10 verstärkt werden. Ah, okay, das war das. Fertigkeiten, Erben, Archetypen, Studieren. Ich glaube ich 6.000. Ich sehe. Faszinierend. Das ist alles klar. Ich bin aufgrund der Karte. Vielleicht sollte ich sie vorne platzieren und den anderen nach hinten ziehen. Ne, lass mal. Schlimm ist, dass halt Magietypen, dass du halt die, dass die halt komplett nutzlos sind, ne? Ich sehe. Stroll hat bis jetzt nur einen Sucher und ein Ding. Ich sehe das, das ist alles klar. Ich bin gespannt. Ja. Okay. Okay. Ja, sie lassen wir jetzt mal dabei. Fertigkeiten, Erben. Brückenberg. Achso, ja, sie hat ja keinen anderen. Soll ich. Mies. Achso, ja. Eieieiei. So. Sie kriegt. bestimmt kriegt der Sahama, der Sucher kriegt hier, ne? Oh, der Jesuga ist roh. So, jetzt können wir Fertigkeiten erben. Okay, geh mal raus. So, Ausrüstung, müssen wir erstmal kurz schauen. Okay, er ändert sich nix. Jetzt haben wir vor 36 zu öffnen. Okay, das sind eigentlich die besten Sachen, die wir grad für die haben. Das ist natürlich ne große Einkaufsrunde, ne? Alter, 50 schon wieder? Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Okay. Alter, ich bin echt dumm, um es zu steuern hier. Ach, da kann ich jetzt immer rein gehen, wenn ich will. Okay. Hey! Hier für dich ein Ariadenfaden, dann bekommst du wieder zum Eingang zurück, ohne dich zu verlaufen. Nicht, dass es dort drin erwarte, also kann es deinen Faden nicht schaden. Und wenn es uns ausging, kannst du einen neuen Krämerladen kaufen. Wollt ihr? Was denkst du? Entstanden. 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 Was denkst du? Entstanden. Hm. Hey. Ja. Was jetzt? Mit dem Ritter bist du gegen Kniebschaden. Stark. Ja, aber du ziehst aber mit dem Ritter nicht viel ab, ne? Was? Warte, wer sitzt da schon wieder? Oh, die eine! Ah, schief. Was ist da passiert? Hat jemand vor uns gekommen? Von all den Plätzen? Sie haben auch gedacht, es wäre sicher, dass es hier zu kommen wäre. Alter, die hat voll was abgekommen. Sie sollten zumindest ihre Wunden behandeln lassen. Zum Schluss musst du die Wunden behandeln. Ich kann das nicht. Mein Freund ist da drin. Und der Soldier, der in den Weg ist, hat nicht zurückgebracht. Ich kann nur sitzen und nichts tun. Wir können deinen Freund finden? Hey, warte. Nein, jetzt, dass wir das wissen müssen, müssen wir diese Leute schützen. Was ist dein Spiel, genau? Wir werden einfach nicht nachdenken und lassen jemanden in deinem Zustand gehen. Ich glaube nicht. Du schützt etwas. Es gibt einen anderen Grund, dass du ein Parapus geholfen kannst. Wir glauben, was du möchtest, aber wir gehen nach dem Kapitel, egal. Ist es nicht die wiser Kurs zu lassen, wie wir uns zu tun haben, als zu riskieren, dein Leben zu schützen? Okay. Auch ich kann das Gefühl sehen. Meine Freundin ist eine Parapus-Girl. Über meine Zeit. Mit einem schwarzen Blumen in ihrem schwarzen Haar. Du wirst sie wissen, wenn du sie siehst. Wenn du sie sicher zurückbringst, werde ich dich zurückbekommen. Ich versuche. Meine Freundin in den Nöten. Verlang eins? Keine Frist. 5000? Oh, komm mal. Schieb, Alter, schieb. Du hast uns gefunden. Kommt bereit, alle. Schön. Ich fühle mich stärker. Ja. Ja. Der ist in der Stufe aufgestiegen. Echt? Mit ein paar EP? Ja. Ich fühle mich stärker. Warte mal. Was ist mit dem anderen Zeug da unten? Oh, schieb. Hinein zu kommen war leicht, als ich dachte, es sieht nicht danach aus, wenn jemand im Bereich patrouillieren. Wie merkwürdig, ich hätte auf diesen Weg zwar mit weniger Widerstand gerechnet, aber nicht mit so etwas haben die nicht genug Soldaten. Oh, gut. Es ist auf jeden Fall besser für uns, den Nekromanten gefangen zu nehmen, ist hier nicht mehr unser einziges Ziel. Ja, wir müssen die Geiseln retten, solange der Sicherheitsverkehr noch lax sind. Sehen wir uns anders drin und so, was uns erwartet. Keine einzige Wache. Wir kommen ab. Erfreit den Kampf. Stand bereit. Hier geht's. Ich werde deinem Gegner sein. Was ist das? Lol, Minter. Ich werde nicht zurückhalten. Blitz dann vielleicht? Oh. Was? Es sieht aus, wie es noch nicht sicher ist. Los geht's durch! Das wird es tun. Schön find. Es sieht aus, wie es möglich sein könnte. Alter, da sind halt echt viele draufgegangen, ne? So können wir vielleicht uns ausruhen. Joi. Hey, du hast etwas gefunden. Warum soll ich mich jetzt ausruhen, Alter? Ich bin gerade erst reingekommen. Da hat uns gar nichts gefunden. Alter, was ist da drin los? Hoi! Spät dran, oder? Schon ewig hier sein sollen. Die Sache ist... Was? 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 Das war Louis' Privatarmee nicht sonderlich diszipliniert. Diese Garde wurde wohl über Hasse zusammengewürfelt. Sie hatten farbig Uniform, aber sie erwähnten Weiße. Warum ging es da wohl? Der Rang eines Soldaten in Louis' Privatarmee wird durch die Farben seiner Uniform gekennzeichnet. Die mit einer Farbeuniform sind die einfachen Soldaten. Die Elite-Soldaten tragen rein Weißuniform und werden deshalb Weißloden genannt. Oh, die Wache geht, wäre das nicht eine gute Gelegenheit, mit den Geißeln zu helfen? Gutes Argument. Ich kann nicht viele Wachen sehen. Wenn wir nur die Soldaten kümmern müssen, kriegen wir das hin. Alles gut. Rennen wir die Geißeln lange in die Schosse zu haben. Hoi! Bitte? Wir brauchen einen Schlüssel, um den Raum zu öffnen. Wir werden sofort danach suchen, sodass halten sie noch etwas durch. Okay, helfen sie uns bitte. Behalten wir uns und finden den Schlüssel, ich glaube ich. Siehst das ja irgendwo auf meinem Rundtisch. Oh, ich denke, sie sehen uns. Nice! Ich glaube, wir finden einen Vorteil dafür. Huh. Was? Ich? Sieht aus wie ein Schlüssel im Raum, jetzt musst du denen geißeln helfen können. Sieht aus wie ein Schlüssel im Raum, jetzt musst du denen geißeln helfen können. Ah! Sieht aus wie sie uns gefunden haben. Ah, komm mal! Ah! Impressiv als immer. Wir haben so gut gefunden. Das ist sein! Das ist in der Eilang. Das ist hier ein wirklich großartiges Weg. Ist doch ein Gunt. Wie ist das? Ja. Mit den Schlüssel holen wir uns hier raus? Auf geht's! Jetzt öffnen wir das. Bleiben wir vor der Tür fern. Danke für die Hilfe. Ich dachte schon, das war's für mich. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Wir wollen die Überlebenden in Sicherheit bringen. Haltet euch für die Flucht bereit und gleiten wir euch zum Ausgang. Jetzt dann. Was? Verdammt. Sorry. Sieh dir die Ohren an. Sie ist ein Paripus. Hey, warte. Sorry, ich bin late. Sie hielt ihre regungslose Freundin in den Arm und entschuldigt sich immer und immer wieder. Mission abgeschlossen. Eine Freundin in den Nöten. Das reicht. Das reicht. Was? 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 Das ist krank. Das ist krank. Was? Was? Das ist krank. Ich dachte auch. Eine Welt wie so. Ich würde es schrauben mit meinen eigenen zwei Händen, wenn ich das so schraubt. Menschen sind schuldig. Und all diese blöder können, dass sie sich schrauben und weitergehen. Das ist krank. Das ist krank. Ich glaube, dass du richtig bist. Sie sind nicht so unterschiedlich. Das ist wahr, ich sehe viel in deinen Augen. Du kannst einen Weg. Und es ist kein kleiner Weg, das du mit dir hast. Ich weiß nicht, ob wir wieder soeben gehen, aber wenn du immer in einem Problem bist. Ich werde da sein. Das ist eine Worte. Ah, ich kann Katharinas gerechten Gesinnung und ihr Vertrauen in mich spüren The loyal hunter Katharina Within her dwells the virtue of the brawler Nurture thy bond with her And a new power yet slumbering within thee may awaken Die Gruppe kann jetzt den Schlägerarchetypen studieren Geben ein paar Leute ausrauben, wir sind jetzt ein Schläger Schlägerverkörperung Katharina Egal, man kann es halt freistellen Jetzt, ich nehme diese schlechte Mädchen nach Hause Catch you later, wenn wir beide so lange leben können Sollen die Geiseln gewesen sein, ich glaube auf diese Etage gibt es nichts zu tun Dann lass uns weitergehen, der Reglement, dem wir folgen, ist auf der oberste Exorzistenschlagring Eines Heiligen, der die Finsternis bekämpft Kann von der Kirche geläutert werden Ah, fuck you Müsste ich ja schon wieder rausgehen, mach doch sowas nicht Schläger könnte man auch nutzen, um gegen den Stier zu kämpfen Würde du dich an das Äh, sprich mich gern an Hallo Wo ist der Schläger? Achso, da Braucht, äh, die eigene Lebenskraft für starke physische Angriffe Kann fiesalige Fertigkeiten lernen Wie zum Beispiel zaubern, automatische ausdauern, steigende Fertigkeiten Ich sehe, faszinierend Der schaut komisch und irgendwie auch cool aus Vital-Schlag Ah, okay Naja, das ist auch wie Persona gemacht Kritische Patronage Das hier, okay Ich bin auf die... Natürlich Entschlossen an den Ernährungsverhalten, nimmst du die Gestalt deines Schlägers an Hahaha Ich weiß, ich kann mich ja dran gewöhnen, dass es ne, dass es ne klasse Schläger gibt In seh der Vergangenheit Und würde gesetzt, aus engster Stärke Lebenskraft zu geben und ich schonungslos in den Kampf zu stürzen, werde ich dir unsere Seele schenken, die des Schlägers Ich sehe Also die Macht des Schlägers, spüre wie edel und seine eigene Lebenskraft für den Kampf zu geben Kämpfe auch, wenn ich dafür mein Leben riskieren muss Gut Gut Ich bin noch immer stärker Ah, jetzt wird er wegen Schläger Naja, speichern kann man auch kurz Yep They saw it! On your toes, everyone! Very impressive Yeah, nice work Stop Oh nein, sie haben uns gesehen Ja, war echt schlimm ey Watch out! We've been spotted That's all that Let's push through Hey, good one Come on Nice I bet we might use for that Exemplary Everyone alright? Alright How's that? Ah! Act fast This is the witness Forward Give me your aid Go! Ah! Und wir bekommen 90 Stark Not bad Don't let your guard down There's more of them Oh, davon hat ein ganzer Teil das auch dazu gekämpft Oh, ist denn da noch einer? Oh, ist denn da noch einer? Da hinten war noch die Kiste Come on! Amazing! Easy! Let's push through We're there! We're there! Come on! I imagine that would be of use Come on! I imagine that would be of use Oh, right! We did it! Impressive as ever Nice! Is that what I need for that? Let's push through Good one Come on! Such a skill Impressive as ever Ah! Ah! How's that? We strike fast! Let's give them a fight! This is our team! Ah! Still! Oh, hit their weak ones! Keep it up, Stroll! Haaah! Maybe, lend me your strength Bei allen Gegnern, 65 tp. 3 tp geb ich dafür gern her. Was zur Hölle? Wobei das Schlägerding wahrscheinlich nicht gerade das ist, was er braucht, aber so können wir wenigstens noch einen mitnehmen. Das ist der Aufzug richtig? Noch nie einen so großen gesehen, hätte ich vielleicht erwarten können, ist ja immer die große Kathedrale in der kündigen Hauptstadt. Ich bezweifle, dass er gerade funktioniert ist, natürlich können sie nicht sein. Ja, das bedeutet, dass wir die Treppe nehmen müssen. Nun dann. Bist du bereit, das anzugehen, wir müssen keinen anderen Weg? Ach so, ich kann da gar nicht selber hochlaufen. Hey. Wie hoch sind wir schon geglittert? Irgendwie hört das gar nicht mehr auf. Er weiß, es ist zu beeindruckend, das zu sagen. Es können wir jetzt nur noch weitergehen. Ich muss das überhaupt so riesig machen. Die ist viel zu groß. Wessen Idee war das bitte? Sie wollen vermutlich zeigen, dass das Königreich bereits dem Sanktismus gehört oder so etwas in der Art. Nun, die Wichtigkeit des Bluffens ist manchmal nicht zu verkennen. So weit ich weiß, besitzt die Staatsanmeldung nur den Namen nach Autorität. Sie hat keine glaubwürdige Substanz. Ich glaube... Schmerz ist, mich das zu hören, aber ehrlich gesagt geht es mir auch so. Die herrschenden Mächte reichen ihre Hand nicht den Schwachen. Aus diesem Grund sieht man vermutlich auch, dass Männer wie Louis einfach tun, was sie wollen. Das ist das verdammte Ende der Welt. Louis muss warten, bis wir uns den Nekromanten geschnappt haben und dann kümmern wir uns zuerst. Das wäre mir, aber ich könnte schwören, dass ich den Mann schon einmal gesehen habe. Nein. Sehen wir zu, dass wir nach oben kommen? Wir haben keine Zeit zum Drücken. Wir haben es endlich geschafft. Ich möchte nie mehr im Leben auch nur eine Stufe sehen. Aber... Offenbar gehen die Treppen nicht bis ganz nach oben. Wie kommen wir von hier aus weiter nach oben? Ich bin mir sicher, dass wir mindestens einen Weg nach oben finden, wenn wir danach suchen. Wenn wir weiter nach oben gehen, finden wir sicher, dass ein funktionierender Aufzug. Stimmt allerdings nicht. Der Feind dieses Bewachen wird trotzdem uns mit mir in Aufgabe ist, dass diese Etage abzusuchen. Hey! Habt ihr das gehört? Das ist seltsam laut. Was zur Hölle sind die? Keinen Schritt näher. Bleib euch entfernen. Einfach stimmt nicht. Das in aller Welt geht auf Vorsicht. Was? Was ist das? Du hast von Leichen angegriffen? Das fantasierst du doch, die sollen auf unserer Seite sein. Hör! 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 Was hat das zu bedeuten? Die Soldaten laufen davon. Was? Von hier aus ist es schwer zu beurteilen, was los ist. Gehen wir etwas näher. Hör! 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 Ja gut. Dann hör mal an der Stelle mal auf. In der nächsten gehen wir dann gar hoch. Soll den hat man schaffen bisher. Bisher hatten wir keinen Gegner, der denn wie schwer war. Wobei die Frage ist, ihn deshalb schon aber um die Leichen geschlagen, weil der Totenfuzzi sich was anders konzentrieren muss, strony Ahnung. werden wir dann sehen. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.